Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Honig-Ingverschnitten. Für eine Einladung zum Adventscafé oder einem lieben Menschen dieses Gebäck zum Geschenk machen, eignet sich dieses weihnachtlichen Honig-Ingverschnitten ganz besonders. Für 55 bis 65 Stück werden folgende Zutaten benötigt. Teig 4 Esslöffel Honig, Typ Wiese, Felder 300 Gramm Mehl Packung Backpulver 180 bis 220 Gramm Zucker 2 Eier 1 bis 2 Teelöffel frischer, gemahlener Ingwer 1 Teelöffel Zimt 60 bis 90 Gramm kandierter Ingwer Verzierung 120 Gramm Puderzucker 2 Esslöffel Zitronensaft 10 bis 60 Gramm rote Belegkirschen Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel Backblech ausgelegt mit Backpapier Küchenwaage Zubereitung Das Backrohr auf 175 Grad Celsius vorheizen Das Blech mit Backpapier auslegen, auf einer Arbeitsfläche Mehl, Backpulver, Zucker und Gewürze geben und mit Eiern und Honig, so schnell wie möglich, einen glatten Teig herstellen. Die Hälfte des kandierten Ingwers unter den Teig heben. Den Teig auf eine mehlierte Arbeitsplatte geben, 5 mm dick ausrollen, auf das Blech geben und im Ofen 20 bis 30 minimal backen lassen. Verzierung Für die Verzierung Puderzucker, Zitronensaft und 2 Esslöffel Wasser zu einer Glasur verarbeiten und die noch warmen Schnitten mit dieser Glasur bestreichen. Die Schnitten in Rechtecke schneiden und mit klein geschnittenen, restlichen Belegkirschen und Ingwer bestreuen. Lagerung Nach ca. 3 bis 4 Wochen entwickelt sich das beste Aroma für die Honig-Ingwer-Schnitten. Noch einige Tipps Die Zutaten dieses Gebäcks mit einer Waage genau abwiegen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!